Im Ententeich, im Ententeich, jemand ist in den Ententeich gefallen? Wir haben gar keinen Ententeich. Natürlich haben wir einen Ententeich, jeder hat einen Ententeich. Wir müssen einen Ententeich haben. Wir haben einen Ententeich. Hör so los, Offenbischung, da schauen wir uns an. Ich bin gar nicht richtig angezogen, da wird die Enten nicht stöpfen. Es ist bald hier draußen. Ich will Ihnen eine Wehrflasche besuchen. Du bist du dran. Was soll das heißen? Ich kümmere mich um den Bischof und du holst deinen Mandel raus. Okay, und dann? Dann könnt ihr beten. Lass sie raus, lass sie raus, lass die Beide raus, sonst deckt der Bischof. Ich bring dich oben auf. Kommt sie raus. Mein Mann, mein Mann, lass ich den Fester zu. Miss Kehlen, halten Sie den Boden. Miss Kehlen. Es hat keinen Zweck, sie ist ohnmächtig. Mach das Fenster auf. Lasst mich rein. Es ist kalt hier draußen. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Ich höre nicht an der Tür. Ich höre nicht an der Tür. Lass mich rein. Halt mich draußen. Es ist nicht der Ort klein, sonst habe ich dir Miss Kehlen, doch die Ohren. Was macht ihr denn da drinnen? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich höre nicht. Das ist das. Der deutsche Verrückte. Kommt sie mir nicht zu weit. Du entputzt mir nicht. Wenn ihr das Fenster nicht aufmacht, schlag ich es ein. Ich kann nicht mehr sagen, Leute. Nein, ich darf bitte jetzt nicht. Nicht jetzt. Jetzt nicht. Das ist das Ende. Für immer. Nein, so wirst du dich nicht davon machen. Nein, ich sage mal. Doch, lass mich los, du brutale Schwein. Brutale Schwein, du wirst mich heiraten. Ich habe auch nie ehrlich verraten. Entschuldigung, aber... Alles nur der. Setz doch schon, da könntest du dich schlagen. Da, und da. Ich darf dir dich auch erschlagen. Da, und da, und da. Ich will dich nicht wieder, der. Du giftiger Papier. Was? Nein. Nein. Und so hat alles angefangen.